ja momo leute euer zero hier und herzlich willkommen zum dritten kampf des heutigen tages jetzt haben wir double x gegen mr grün beide von der bruderschaft und wieder mal sehen wir dass ein starker gegen einen schwachen kämpfen muss das ganze ist natürlich alles random ausgelost worden ich habe das jetzt nicht so veranlasst dass die starken gegen die schwachen kämpfen wir werden noch stark gegen stark erleben im heutigen tage aber das erst später kümmern wir uns erst mal um die startauswerte von den einzelnen personen bei double x haben wir 550 leben ein schaden von 28 bis 33 und den erstschlag von drei ein kritischen von 50 prozent und da der schaden 28 bis 33 beträgt haben wir eine dps von 46 wenn man alles berechnet eine ausweichschance von zehn prozent seine katze ist ziemlich nutzlos 39 kronkorken aus mötland hier kriegst du natürlich keine kronkorken deswegen bringt auch dir diese katze nichts du hast eine gute rüstung und eine gute waffe und im gegensatz zu mr grün der hat nicht so wirklich gut mr grün ein leben von 250 unter die hälfte von double x schaden 19 bis 20 daraus bekommen wir eine dps von grad mal 24 da sehen wir mal wieder jemand der die hälfte des schadens des anderen hat erst schlag von 1 das bedeutet double x beginnt kritischer von 40 prozent und eine ausweichschance von zwei prozent aber macht dir keine sorgen mr grün dieses spiel basiert ja zum großen teil auf glück ich meine der größere teil ist natürlich die werte aber ein kleiner etwas größerer kleiner teil hat auch glück zu tun denn du musst eigentlich nur jede runde kritischen landen und jede runde ausweichen ich bin gespannt ich bin gespannt wie das ganze ausgehen wird ich würde sagen wir starten einfach mal den kampf und gucken was passieren wird wie gesagt erst schlag hat double x und damit fangen wir an double x 43 schaden an mr grün angerichtet das tut weh und oh das ist pech double x ist ausgewichen und da kommt schon der kritische von double x 115 leben bleibt mr grün noch was wird er tun gar nichts denn double x ist schon wieder ausgewichen das ist schön double x kommt gar nicht dazu leben zu verlieren 72 leben bleibt mr grün noch und da kommt wenigstens jetzt doch ja jetzt kommt ein angriff mit 23 schaden das kitzelt den double x ein bisschen deswegen tötet er jetzt mr grün ja das war wieder mal recht unspektakulär vier schläge hatte ausgehalten zwei kritz waren dabei und wir gucken uns mal die tabelle an so double x du kommst weiter und mr grün du bleibst stehen das war dieser kampf im nächsten kampf wird antreten julian gegen mobile gamer derjenige der jetzt gewinnt bzw der nächsten runde gewinnt wird gegen double x antreten das heißt entweder julian oder mobile gamer sind wir doch mal gespannt mal gucken was dabei rauskommt bis gleich da verschappt bis gleich